Aber wenigstens haben sie da nix mehr gebaut. Ich kann da in der Mitte leider gerade nicht zu viel machen. Aber was ich machen kann, ist eine Attack Power vorbereiten, indem ich jetzt einfach Jake da vorher entsetze und einfach nur schaue, dass ich hier weiterkomme. Okay. 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 Und hier holen wir jetzt Eagle wieder an die Front. Okay. 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 Tick Eine weitere Infanterieeinheit Und dann Ende Gelände Warum eigentlich nicht? T-Copter schadet ja nicht Dann machen wir doch diesen Medium Tank dort kaputt Bewegen die Armee langsam mal in Richtung der letzten beiden Stützpunkte Ich will nämlich auch verhindern dass sie das Teil dahinten einnehmen was irgendwie verständlich ist zu und dann die 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 etwas schwere Startphase wo man von zwei Seiten aus bedrängt wird allerdings wenn man die schlimmere Seite zuerst besiegt kann man sich voll und ganz auf die andere Seite konzentrieren die von Anfang an nicht so stark auf der Brust ist und folglich hat man auf dieser Seite auch ein bisschen mehr Zeit aber nachdem man ja so eine schöne Startarmee hat ist das alles kein so großes Problem Das HERA so der schießt keine Missiles ab Ich brauche hier oben noch einen Tank. Ach, da unten müssen wir ja noch was machen. Stimmt. Hilfen wir ja nicht vergessen. Und fertig. Das witzige ist, dass ich jetzt nur noch keinen einzigen Comp Tower besetzt habe. Oh ne, nicht das. Wieso jetzt? Wieso fängt sie jetzt wieder damit an? Ach, ich hasse sie dafür. Dafür. So sieht das übrigens mit dem Steuerkreuz aus. Mit dem Missles. Wie schicke ich ihn denn jetzt rein? Hm. Schwierig, schwierig. So, ich will die beiden dort treffen. Natürlich überlebt er wieder mit einem PP. Okay. Was holen wir noch? Ach ja, wenn wir einen Kontor besetzen, wäre was. Dann brauchen wir Medium Tanks. Das ist der Grund, warum ich den definitiv nicht mit dem Bomber zuerst angreifen wollte. Ich habe einen Moment, ich werde den Indikiribor. Ich habe einen Moment, ich werde den Indikiribor. Ich werde den Indikiribor. Die 24 Tage in dieser Mission sind übrigens mehr als genug Ich brauche normalerweise meistens nur 10 Naja gut, vielleicht auch ein bisschen mehr 15 sind auf jeden Fall genug Kommt drauf an, wie gut es läuft Ach, ich hab das da unten vergessen, verdammt Okay War es immer noch nicht Langsam soll es aber mal blingen Ich meine, ich hätte etwas extra Star Power Bring it Jetzt gibt es erstmal gute Musik Heavy Metal Nein, kommt aber weniger Den zweiten will ich auf jeden Fall noch anfangen Ich muss den da hinten eigentlich mal abholen oder so Ich muss den da hinten eigentlich mal abholen oder so Ich kann nur noch was bauen mit dem Tank Geht immer So, dann Du feuerst den da Dann hier noch drauf Du schießt den da kaputt Und hier ist hier die Base Dann Haust du hier die Anti-Air kaputt Oder zumindest so weit du es kannst Ein AP reicht nämlich auch schon So, dann können wir weiter machen So, dann können wir weiter machen Fast am Ende der Mission Alles was wir nämlich noch tun müssen Sind die letzten Park-Comp-Towers zu besetzen Dann können wir hier noch schauen Das da, das da, und dann sind sie jetzt sogar geroutet. Ich kann mir jetzt alle Zeit der Welt lassen, weil jetzt können sie mich nicht mehr dabei stören. So. Tja, da können sie nichts mehr machen. Ähm, ich bin noch am überlegen, den Comptower mache ich nämlich, glaube ich, am Schluss, weil ich mit dieser Armee die meisten Kills gemacht habe und auch am wenigsten verloren habe. Die meisten Kills in einer Runde. Für die Tech-Power hat's gerade nicht mehr ausgereicht. Da hat ein Stern bei Eagle gefehlt und eine kleine Spitze bei Taini. Oh, der kommt aber, der hat auch uns. Dann müssen wir noch den hier besetzen. Und dann müssen wir fertig. What? No, impossible. You stupid, stupid clone. I will leave you here to die. Aye, last. Hey, uh, Andy clone. Candy just split. Aren't you going to take off, too? It makes no difference. I do not have long. My life will still fade. Like all of the clones. What the? What do you mean? Can't you do something? No need for tears. I am false. Oh, look. My time has come. Your body, it's... No, look at it. Yes, I know. Can I ask you something? What kind of man is Commander Andy? My original. Does he have friends? Do people like him? Yeah, he has friends. Tons of them. I am one of his best. Andy is a fine co. Everybody loves him. I see. Interesting. I am not Andy. I am just a clone, but... You made me happy. Andy! This is... Oh, man. This is terrible. Black hole, I'll never forgive you. You're going down. Tja, das ist das Schicksal von Klonon. Trauriger Barbara. So, und jetzt wo ich an diesem Punkt bin, glaube ich, dass ich die letzten zwei Missionen jetzt auch noch hinkriege. Es sind schließlich jetzt wirklich nur noch zwei. Untertitelung des ZDF, 2020